So moin, ich höre Nathalie Perry. Genau, ich bin hier unterwegs. Ihr seht es natürlich, wie immer. Ähm, ja, ich muss fragen ob ich jetzt die Maske aussetzen musste. Musste ich gerade, weil ich beim Augenarzt war. Ja, ich wünsche aber trotzdem alles schon mal ein... Schönes Wochenende, schönen Freitag auf jeden Fall. Ja, wie sieht bin ich hier gerade so ein bisschen unterwegs. Ich nehme mal so ein bisschen älteres Gebäude. Ja. So, ich guck gleich mal. Kommt gerade ein Auto. Ein Auto ist nie so gut. Ja, natürlich wird die Sirenen und sowas, was man hier hört. Guck mal, das sieht auch hier nice aus. Kommt, gibt es hier so einen Laden. Also gibt es richtig viel. Ja. Ja, hier stehen noch ein bisschen ältere Gebäude, kann man sagen. Jetzt geht richtig los. Jetzt zieht ihr es mal. Ja, zwei Polizeiwagen irgendwie hier wieder. Ist auch nicht was los in Hamburg. Ja. Ja. So, was ist denn hier drüben? Nehmen Sie den mal. Ja, ist auch schlimm. Und wie geht es euch so? Was macht ihr so Wochenende mit ein paar Schönes? Ja, ich zeige euch mal ein bisschen was. Ist aber nicht viel, wie gesagt. So ein bisschen Hamburg. Und wie geht es euch. Ein bisschen auf dem Weg. Und wie geht es euch mal? Ja. Und wie geht es euch mal? Ja. Und wie geht es euch mal? zu zeigen. Also ja, Hamburg ist riesig. Also hier kann man natürlich lang fahren. Sonst gibt es hier, hier gibt es nur die Sparda Bank und sowas. Hier oben seht ihr ja, ne, vielleicht gerade so ein bisschen eine fette Bahn. Drüben kann ich das gleich ein bisschen zeigen, aber gerade da, wenn jemand vor mir läuft, muss man ja ein bisschen aufpassen. Aber erst mal Kaffee. Ist immer gut. Ja. So, gucken wir mal, was gibt es noch hier? Ach, hier. Und Hamburg natürlich. Hier ein LKW. Alles Gutsache hier. So, gucken. Oh, ich weiß nicht, dass man gleich kurz halten kann. Hier ist auch nur eine Apotheke. Muss kurz warten. Radfahrer auch. Ja, sehr frisch. Ja, hat fast wirklich geknallt. Wie es aussieht. Ja gut, hier ist nicht viel. Hier ist nur Apotheke. Da hinten ist nochmal was. Ja, wie gesagt, ist es einfach echt nicht viel. Hier ist die Bahn. Da kommt gerade ein Bus. Das ist wirklich sehr frisch gerade. Da kommt gerade noch ein Bus, wenn wir hier stehen. Vielleicht. Oha. Ja. Ja. Ja, da sind einige Busse, wie gesagt. Vielleicht kann man das hier ändern. Vielleicht kann man das hier ändern. Aber guck, ich muss mal sprechen hier. Äh, kann man nicht. Schade. Na gut, dann machen wir das anders. Das ist auch mal eigentlich immer nice. Ähm, wenn ich hier filmen kann, weil hier viele Busse sind. Ja. Gucken wir mal gerne mal ein Video. Spontant natürlich. Ja, das gibt's noch hier. Ich filmen das gleich mal richtig. Ja, hier kann ich so viel, ne? So, wir haben ja 72er. Ist jetzt aber echt los hier. Ja. Ja, da gibt's nur Kolumne, Kolumne, der Schnellte ist. Ganz wichtig hier. Was kommt denn noch hier? Einsamkeit sieht man nicht, aber man kann darüber reden. Ja, ne, ist klar. Also hier sieht's auch nochmal ein bisschen was. Oh, ich kriege meine Augen wieder. Ich hasse das. Ja, jetzt kommt wieder ein Bus. Ja, man muss ja halt ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, geht's gleich los. Ja, hier ist dann so Aldi. Haben wir alles neu gebaut hier auch. Ein paar Ball-Krikadi, irgendwie sowas. Also da sieht auch nochmal irgendwas Neues in den Raum. Ja. Gut, da kommt keiner. Ja, also man muss sich halt wieder mal aufpassen, wenn man filmt. Was ist hier noch? Ja, direkt am Bahnhof sind wir auf jeden Fall. Ja, den Service Store gibt's dann nur noch. Ja. Ja. Ja, toll, man sieht richtig gut aus. Ja. Tolle Frisur. Ja. Ja, es gibt so ein bisschen was am Bahnhof hier. Also, bitte beachten Sie hier die RB2-Massbepflicht. Bla, bla, bla. So sieht das hier oben auch aus. Ja. 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 Ja, wie gesagt, hier seht ihr so ein paar Busse im Hals. Da muss man mal aufpassen, wenn man filmt. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch alle ein schönes Wochenende. Und schönen Freitag. Bis dann. Eure Tschau-Tschau-Tschau-Tschau. Belle Tschau-Tschau-Tschau-Tschau. üyor-Tschau-Tschau-Tschau-Tschau-Tschau-Tschau. Moms faitesUM ? Das heißt, wenn er schon ziemlich knapp.